mit der neuen Platte. Herzlich Willkommen. Weißt du, wer wir sind, wer wir wirklich sind? Weißt du, wer wir sind, was wir nicht sind? Die Sängerin heißt Anna R. Herzlich Willkommen. Gleis 8, das hat einen Grund und zwar, weil Sie immer von Hamburg nach Berlin zingeln. Genau, von Berlin nach Hamburg, vom Hauptbahnhof ist meistens das Gleis 8 und von andersrum manchmal auch. Führt man davon ab. Okay, und jetzt hören wir Geh nicht, eine schöne Ballade. Vielen Dank fürs Kommen, viel Spaß bei uns, Ihnen viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Trotz des Titels, wir gehen und wir kommen morgen wieder, wenn Sie mögen. Tschüss. Tschüss. Die Blende steht schon vor der Tür, sie rennt die Gasse auf und ab. Die Sonne hast du gesehen und du hast die Nacht vertan. Geh nicht, geh nicht, geh nicht, geh nicht. Geh nicht, geh nicht, geh nicht, wenn alle Schranken vor dir runtergehen. Geh nicht, geh nicht, geh nicht, geh nicht, geh nicht, wenn deine Hände nicht wissen, was sie greifen sollen. Geh nicht, geh nicht, geh nicht, geh nicht kaputt. Geh nicht, 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 geh Du solltest sehen, wie das alles noch passiert, wenn kein Mensch hier deine Sprache spricht, geh nicht, geh nicht, geh nicht, geh nicht. Wenn alle Schranken vor dir runtergehen, geh nicht, geh nicht, geh nicht, geh nicht, geh nicht, geh nicht kaputt, geh nicht kaputt, geh nicht. Vielen Dank.